Hallo, wir sind hier in Köln heute. Wir ziehen jetzt beide los mit den Fahrrädern. Es regnet ein bisschen, wir verteilen trotzdem Flyer für Abstimmung 21. Denn Bürgerinnen und Bürger brauchen eine starke Stimme und dafür steht Abstimmung 21. Jetzt geht's los. Hallo aus Stuttgart, wo man heute ebenfalls den Menschen mit Abstimmung 21 eine starke Stimme gebt. Das Wetter ist nicht so schön, aber fragt nach Sonnenschein, fragt nach mehr Mitbestimmung. Hi, wir sind das Team NRW und heute in Essen für Abstimmung 21 unterwegs. Wir wollen den Menschen eine starke Stimme für die Direktbemokratie geben. Hallo, ich bin in Erfurt und ich zeige den Menschen, wie sie bei Abstimmung 21 abstimmen können. Hallo, ich bin Nelly. Liebe Grüße aus Marburg, wo ich gerade vor dem Rathaus stehe und Flyer zu Abstimmung 21 verteile. Für eine direktere Demokratie. Hallo und liebe Grüße aus Eisenach. Bei Schülmstädter würden wir heute die Gabeswunde für Abstimmung 21. Wir sind heute in München unterwegs, wie man unschwer erkennen kann, um Flyer für Abstimmung 21 zu verteilen. Denn mit Abstimmung 21 geben wir den Menschen die Möglichkeit auf Beteiligung wieder zurück. Danke. 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 Danke.